so leute ich fahre nach belizza es gibt ein park hier für tanzende bären ja so sieht die straße aus ja ziemlich schlecht zum glück ist das auto von unten gepanzert sonst wäre es sehr dramatisch ja und hier ist er der bär moin hallo hallo wie geht's ja das war ein tanzender bär und jetzt ist er frei sehr sehr interessant die video rassig park da gibt es noch ein und da auch sehr schwierig zu sehen dieser fahrrad 21 bären ein stück da und ein stück da naja egal was ihr sagt das ist ein schönes land so so Vielen Dank.